Die ganzen alternativen Denker da draußen sprechen immer von der Cheops-Pyramide, habe ich ja jetzt auch lang gemacht, aber was hat es denn mit den anderen Pyramiden auf sich? Welchem Zweck dienten denn diese ganzen anderen großen Pyramiden, die da auch in Ägypten zu finden sind? Ja, in der Thematik Chemie, Alchemie, altes Ägypten, sind die Pyramiden alle gleich gebaut? Die Frage stellt sich dann auch gleich noch. Und eine Frage, die wir da sozusagen an die vorherige Reihe anschließen, welche große Lücke in der Theorie, dieser Kraftwerkstheorie von Christopher dann nämlich eigentlich zu finden ist. Also Lücke in Anführungszeichen. Das sind alles so Sachen, mit denen wir uns hier in diesem Video beschäftigen möchten und damit erstmal herzlich willkommen hier auf dem Kanal Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und der Kanal hier soll dir und mir helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen im Bereich Glauben, Wissenschaft, Weltanschauung. Und dazu hinterfragen wir hier ganz unzensiert, möglichst unzensiert, solche Dinge wie theologische Fragen oftmals, aber eben auch Geschichte, antike Geschichte, wo wir jetzt hier sind oder Wissenschaft. Damit möchten wir uns in dieser Reihe weiter auseinandersetzen. Falls du hier neu bist, herzlich willkommen. Ansonsten herzlich willkommen zurück. Und wenn du hier neu bist und das noch nicht weißt oder wusstest, wir haben hier in dieser Reihe die Cheops-Pyramide anhand einer Theorie von Christopher Dunn, einem Ingenieur, besprochen, der ja die große Pyramide in Ägypten als Kraftwerk, als seismisches Kraftwerk gedeutet hat. Also ganz interessant. Ich werde das hier oben verlinken für alle, die es nicht kennen. Für alle anderen. Ja, kommen wir jetzt zu dieser Frage, die sich da eigentlich schon seit langem stellt. Und zwar der Thematik, naja, was hat es denn jetzt mit den anderen Pyramiden auf sich? Wie sind die aufgebaut und haben die irgendeinen Zweck auch? Und da direkt nochmal vorab, so was ist jetzt die große Problematik bei der Theorie von Christopher Dunn? Also Problematik in Anführungszeichen, da gibt es natürlich einige offene Fragen. Aber eine wichtige Frage ist ja, in seiner Theorie werden ja innerhalb der Pyramide Gase erzeugt, wird ein bestimmtes Gas erzeugt, um Maser nachher daraus herstellen zu können und so weiter als Teil dieses Mechanismus. Egal, auf jeden Fall werden Chemikalien gebraucht. Und da ist ja jetzt die Frage, Moment mal, wenn in so einem Kraftwerk Chemikalien gebraucht werden, gibt es denn da irgendwie Hinweise darauf, in Ägypten, dass sowas zu finden ist? Also dass man da irgendwie Merkmale für hat. Und da eben die Frage, wo kommen die Dinger denn her? Also diese Chemikalien. Und gedanklich haken wir hier ein und machen jetzt einfach mal, lassen die Frage offen und fragen uns jetzt einfach mal so, okay, wenn man jetzt von der Mainstream-Theorie ausgehen würde, man würde sagen, nee, nee, die große Pyramide, die Chirps-Pyramide ist doch ein Grabmal. Darf man ja mal die Frage zulassen, ob denn die anderen Pyramiden, die sich da in der Nähe finden, ob die denn ähnlich aufgebaut sind oder vielleicht sogar gleich aufgebaut sind mit der Idee, naja, wenn einer ein Grab baut, bauen sie alle gleich oder möglichst ähnlich und nach vielleicht einem logischen Prinzip. Oder sind die irgendwie anders aufgebaut? Und damit möchten wir uns jetzt als erstes mal, da möchten wir uns so einen Überblick verschaffen. Und ja, einen Überblick anhand dieser Pyramiden, die ich jetzt mal hier einblende. Ich springe jetzt mal hier auf die Webseite. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Liste der größten Pyramiden. Und es fängt hier natürlich an mit der Chirps-Pyramide, der große Pyramide von Gizeh. Das ist die erste. Dann haben wir als zweites die Kephren-Pyramide, die rote Pyramide, die Knick-Pyramide. Dann haben wir was, was jetzt nicht in Ägypten ist. Das interessiert uns mal ausnahmsweise nicht. Dann haben wir Mykerinus-Pyramide, Maidun, Djoser, also diese Stufen-Pyramide. Und hier wollen wir mal einhaken und uns die eben ansehen. Und vielleicht erinnerst du dich noch daran, wie die Gizeh-Pyramide aufgebaut ist. Also wenn du schon hier dabei warst auf dem Kanal. Dann weißt du noch, dass die Gizeh-Pyramide hier so ein Gangsystem hatte. Hier war so ein langer Eingang. Der ging da runter in eine Felsenkammer, die unterirdisch ist. Die ist halt nicht überirdisch in der Pyramide drin, sondern ist unterirdisch gebaut gewesen. Dann haben wir hier den Gang, der hochging, der hier mit den Granitfropfen sogar verstopft war, verrückterweise. Das haben wir alles in den anderen Videos aufgegriffen. Die sogenannte Königinnenkammer. Dann haben wir hier eben die große Galerie, dieser Gang, der hier hochgeht. Und hier oben die Königskammer, die sogenannte. Also das sind so die Dinge, die wir hier in der großen Pyramide, in der Chiobs-Pyramide haben. So ist das da aufgebaut. Also dieses Gangsystem. Jetzt behalten wir es mal im Kopf und überlegen uns mal, sind die anderen denn genauso aufgebaut? Können wir jetzt einfach mal schauen. Und wir gehen hier als nächstes zur Kephren-Pyramide. Ah, hier ist übrigens nochmal, das sind die drei großen Pyramiden in Gizeh jetzt. Chiobs, Kephren und Mykirinus. Das sind diese drei Pyramiden, die da direkt nebeneinander stehen. Und genau, wir gehen jetzt von der Chiobs-Pyramide aus, von der großen, gehen mal hier zur Kephren-Pyramide. So, und da haben wir hier auch eine Animation. Upsala. Also von außen hier jetzt nicht so hübsch gemacht diesmal, sehr einfach runtergebrochen. Sind, was jetzt hier zu finden, unterirdisch. Also ich gehe da mal ein bisschen näher ran. So, da haben wir hier so ein Gangsystem. Also hier ein Gang, da bei der drei ist noch ein Gang nach draußen, so gesehen. Und der, zack, geht dann einfach hier zu einer einzelnen Kammer, die dann da ist. Also nix mit irgendwie Kammer nach unten, Kammer nach oben und so was. Lustigerweise trotzdem zwei Zugänge gemacht. Und nicht gerade durchgebohrt, nicht einfach auf Ebene, sondern hier geht es noch runter in so einen Knick. Dann geht es wieder hoch. Warum das alles? Ist doch kurios, ne? Also warum macht man das hier so, wie es hier zu sehen ist? Ist doch alles mehr Aufwand. Okay. Zweite Pyramide, die du jetzt also sozusagen vom Gangsystem mal gesehen hast. Ja, hier kann man leider nicht ganz so hübsch rumzoomen. Zack. Gehe ich mal auf die nächste. Die Mykerinus. Also das ist jetzt die kleinste der drei Pyramiden, die da nebeneinander stehen. So, hier haben wir halt auch so ein Gangsystem. Na, also so nochmal von draußen. Hupsala, das wollte ich jetzt nicht hier hochzoomen. So. Also hier nochmal von draußen. Und so sieht das Gangsystem. Also da geht es dann rein, ne? Sozusagen. Zack. Eingang. Und dann hat man hier unten es wieder ein bisschen anders aufgebaut, ne? Also hier ist so ein Vorraum oder sowas. Dann ist hier irgendwie so ein Abschnitt. Dann geht es hier in so eine große Kammer. Und dann geht es da nochmal runter in eine andere Kammer. Und da ist so eine Seitennische. Das ist schon wieder irgendwie was anderes, ne? Und die ganze Sache eben jetzt hier ja auch wieder. Nicht mit einem Zugang von unten oder waagerecht, sondern von oben da rein. Hm. Also man merkt zumindest jetzt schon bei der dritten Pyramide, das ist keine einheitliche Bauweise, die wir hier haben. Und diese ganzen Elemente schauen wir uns halt später auch an, wenn wir die Sachen genau untersuchen. Also soviel zur Mykerinus-Pyramide. Jetzt haben wir gesagt, zu den großen Pyramiden gehört auch die sogenannte Rote Pyramide. Also gehen wir mal zu der. Wie ist die aufgebaut? Die haben wir dann hier. Rote Pyramide. So. So sieht es aus. Hier bei der 2. Hier. So. Da ist dann der Eingang, ne? Da kommt man dann rein. Und dann merkt man hier schon wieder, hä? Ist ja wieder ganz anders aufgebaut. Also hier hat man dann erstmal wieder den schrägen Gang, der so runter geht. Und dann hat man hier drei so hohe Türmchen als Räume. Und wenn du jetzt mal guckst, also der erste geht hier runter. Da war ich sogar mal drin jetzt in der Roten Pyramide. Hier unten kriecht man dann durch. Das ist so auf einem Meter Höhe oder so. Da geht man dann durch. Und hier in diesem zweiten Raum. Opsala. Das bewegt sich alles zu schnell. Also hier, wo die vier dran ist. Da hat man dann neuer, also in der Moderne, jetzt eine Treppe hier hinten reingebaut. Da kann man also eine Treppe hochgehen. Weil der Durchgang zur letzten Kammer ist halt da irgendwie auf zehn Meter Höhe oder so. Oder fünf Meter Höhe. Also der ist jetzt, da kann man nicht mal eben irgendwie selbst hoch, sondern da wurde halt eine Treppe reingebaut. Damit man dann wieder geduckterweise durch diesen letzten Gang hier in diese letzte Kammer hineinkommt. Also wieder ein anderes Design. Jetzt nicht irgendwie eine schöne Königskammer oder irgendwie eine schöne Grabkammer oder so, wo man sich denkt, ah ja, okay. Sondern hier, hier und dann nochmal was. Und dann ist der Durchgang da irgendwie plötzlich ganz dumm versetzt. Kann man ja nix einfach reintragen. Also ganz, ganz merkwürdig auch hier wieder. Unterschiedliches Design, was wir hier also haben. So, was hatten wir bis jetzt? Wir hatten Gizeh. Kefren. Wir hatten hier diesen Komplex aus der Mycorinus-Pyramide. Die rote Pyramide, wo die Räume wieder ganz anders angeordnet sind. Ja, dann kommen wir zu der Knick-Pyramide. Wo habe ich die? Die Knick-Pyramide, weil da oben die Spitze ist so abgewinkelt. Ich glaube, das hatten wir gerade hier auch. Hier sieht man es, ne? Also hier bei dem Bild. Das ist die Knick-Pyramide. Weil man früher mal gedacht hat, das wäre hier eingefallen oder so, soweit ich mich erinnere. Da hat man gedacht, das wäre irgendwie ein Baufehler gewesen. Mittlerweile weiß man aber, nee, nee, das ist Design. Das sollte so sein, ne? Dass da eben nochmal so im Winkel die Spitze dann abknickt. Genau. Ja, und dazu jetzt auch mal wieder eine Animation. Fliegen wir hier mal rein. Und da siehst du, das ist jetzt das Kammer-System da im Innern. Wieder anders aufgebaut. Also es geht hier von oben runter. Und es ist da eben so eine komische Spitze. Und hier siehst du das. Also da geht es runter. Da ist ein hoher Spitzerturm. Hier diese beiden merkwürdigen Gebimsel sind sowas wie ein Schott. Kann man fast sagen. Also wo Bereiche abgesperrt werden konnten. Dann geht es hier steil runter in einen sehr hohen Raum. Und dann ist hier hinten wieder ein Ausgang. Also völlig anderer Aufbau wieder. Lassen wir es nochmal kurz hier laufen. Genau. Also es geht hier unter der Erde lang. Ja, da muss man halt auch eine Treppe reinbauen, dass man da überhaupt irgendwie hochkommt und so. 17 Meter hoch. Die untere Kammer. Ja. Ja, also du merkst schon. Völlig verrückt. Wieder ein ganz, ganz anderer Aufbau, den wir hier eben so haben. Hier steht es nochmal auch. The Passage Ray was blocked by two Portcudis Devices. Also von so zwei Fallgitter ist falsch, sondern so Fallsteine oder sowas. Also hier konnte man Bereiche abtrennen. So gesehen. Also das ist hier auch noch was Kurioses, was wir da haben. Ja, das ist die Knickpyramide. Und was jetzt noch fehlt, ist die Stufenpyramide. Hier ist nochmal dieser Steingruppe übrigens gerade zu sehen. Aber da gehen wir irgendwie später auch noch wirklich ins Detail bei den einzelnen Sachen. Ich will nur jetzt hier erstmal zeigen, wie unterschiedlich die Kammersysteme aufgebaut sind. Also die Stufenpyramide. Wo habe ich die? Das müsste hier sein. Genau. Das war ein großer Komplex hier, die Stufenpyramide. Habe ich den hier offen? Mal ganz kurz gucken. Habe ich glaube ich gerade nicht offen. Mal eben schauen. Also ich lasse es hier einfach mal laufen. Also du siehst hier so ein großer Tempel, nennt man das. Hier dieser ganze Komplex, der so eingemauert ist. Ich kann nochmal kurz ein Stück zurückgehen. Also hier haben wir so einen Flug da drüber. Also das alles ist da bei dieser Stufenpyramide. In Saqqara. Also jetzt natürlich heutzutage nicht mehr so gut erhalten. Das ist klar. Aber das hier so in der Rekonstruktion wird es eben so ausgesehen haben. Ja. Und wie sieht denn da das Gangsystem aus? Das interessiert uns ja jetzt. So, das haben wir hier. Kurze Info. Die Stufenpyramiden, das weiß man, wurde in mehreren Bauabschnitten immer erweitert. Hier unten hatte man zuerst so einen Flachbau. Und dann kam die erste Pyramidenform drüber. Und dann nochmal eine größere Pyramidenform. Also dieses Masterbar. Masterbar. Dieses, was man eben als Grab identifiziert, war das Erste. Dieses Flache. So. Lassen wir das auch mal laufen. Du siehst jetzt hier schon. Hier unterirdisch. Also dass da wirklich das Gangsystem da jetzt stark verzweigt ist. Hier gehen so Gänge rein. Hier von außen. Und hier hinten siehst du unterirdisch, da wo ich mit der Maus gerade hin und her gehe, so einen großen Schacht, der einfach gerade runter geht. Da zeige ich dir gleich auch nochmal Bilder zu. Ein paar Fotos. Weil hier merkt man, du merkst schon, das ist wieder komplett anders aufgebaut. Also das ist ja jetzt hier gar kein Standard, was wir bisher gesehen haben. So. Das ist das unterirdische Gangsystem. Und wie gesagt, hier zentral dieser lange, in Anführungszeichen, Schornstein. Schornstein ist aber gut. Der ist halt wirklich echt groß. Und zwar. Genau. Also hier hast du so einen Blick darunter. Wie es da eben so aussieht. Also hier auf jeden Fall findest du ganz viele unterschiedliche Bilder. Du kannst hier erahnen, wie tief das runter geht. Das ist hier unten ein Bereich, wo du dann eben auch locker rumlaufen kannst und so. Hier mal einen Blick nach oben. Ja. Also das ist in der Stufenpyramide, was da halt zentral ist. Also zentral jetzt nochmal. Dieser zentrale Schacht so gesehen, den haben wir jetzt da gerade gesehen. Der da sehr tief runter geht. Und dann hat man eben unten dieses verzweigte Gangsystem, wo manches auch später erst reingehauen wurde, erweitert wurde und sowas. Dann auch zu späteren Zeiten, gar nicht beim Bau der Pyramide, sondern irgendwann später auch ausgehauen wurden. Das kann man wohl relativ gut sagen. Dennoch stellt sich jetzt die Frage, was soll das? Also wenn ich jetzt jemanden beerdigen möchte, dann baue ich hier dann einen Gang und dann plötzlich einen Riesenschacht nach unten. Und warum alles so unterschiedlich? Also du merkst, es kommen einfach Fragen auf. Und bei der Cheops-Pyramide hatten wir uns sehr intensiv in den ersten Videos damit beschäftigt, welche Theorien jetzt von der Ägyptologie halt, wie Gangsysteme und Teile erklärt werden oder eben auch gar nicht erklärt werden können. Und wie Christopher dann in seiner Theorie zumindest alle Bestandteile erklären konnte. Und hier bei den anderen Pyramiden werden wir uns halt auch Erklärungen nähern, die das so anders deuten. Und da ist jetzt die Frage, wie deuten die denn das? Also worum geht es denn dann hier nachher, wenn wir uns damit weiter auseinandersetzen? Und da nehme ich dich jetzt mal mit in einen ganz anderen Bereich hinein. Und zwar in die Thematik Chemie, Alchemie und das Land Chem. So, was soll das jetzt? Also glaub mir, gleich läuft beides zusammen. Chemie, das Wort, was wir heute haben, womit wir eben wissen, chemische Industrie, wir produzieren irgendwelche Chemikalien und aus denen wird, die werden für alles mögliche genutzt. Die werden genutzt, um Dünger herzustellen. Im Moment gibt es dann Probleme irgendwie, wenn bestimmte Sachen nicht mehr produziert werden. Es wird für die Textilverarbeitung genutzt, für eigentlich alles, für Farben, für Lacke, für Plastik. Chemische Industrie, wahnsinnig wichtig. Und Chemie, dieser Begriff, woher kommt denn der? Ja, also was ist der Ursprung dieses Begriffs Chemie? Und da möchte ich einfach mal ein, zwei Sachen hier vorlesen, die wir hier auf der Webseite haben, de-wikibrief.org. Da wird hier folgendes gesagt. Ach, ich verlinke übrigens alles unten drunter. Also, falls du das nicht gewohnt bist, unten drunter findest du nachher die Links. Genau, das wollte ich noch sagen. Okay, das Wort Chemie leitet sich vom Wort Alchemie ab, das im europäischen Sprachen in verschiedenen Formen vorkommt. Alchemie leitet sich vom arabischen Wort Kimia ab oder Alchimia. Der arabische Begriff leitet sich vom altgriechischen Chemia oder Chemia, Kunst des Legierens von Metallen, von Kuma, Flüssigkeit oder Cheo, Ausgießen ab. Der endgültige Ursprung des Wortes ist jedoch ungewiss. Nach dem Oxford English Dictionary kann Alchemie vom griechischen Chemia abgeleitet sein, das vom altägyptischen Namen Ägypten abgeleitet ist. Chem oder Kmim, Kame oder Kmi, also wie auch immer man das genau ausspricht. Aber Chem ist so das bekannteste, denke ich. Ja, von diesem altägyptischen Namen für Ägypten, nämlich Chem, was Schwärze bedeutet. Das heißt, die reiche Dunkelheit Boden des Niltals. Daher kann Alchemie als ägyptische Kunst oder schwarze Kunst angesehen werden. Es ist jedoch auch möglich, dass Alchemie von Kemeia abgeleitet ist, was zusammengeworfen bedeutet. Also hier haben wir einen ersten Hinweis, jetzt Ägypten kommt von dem Wort Schwarz. Also nicht das heutige Ägypten, das nicht, sondern Chem, das Land Chem. So wurden das damals von den Griechen genannt oder auch Ägypten selbst nannte sich so. Da gibt es eine Hieroglyphe für, wo im Grunde genommen diese Bedeutung dann drinsteckt mit der Schwärze. Ja, das lese ich jetzt mal weiter. Es gibt zwei Hauptansichten zur Ableitung des griechischen Wortes. Nach einem kommt das Wort aus dem Griechischen, Kemeia, Gießen, Infusion, das im Zusammenhang mit der Untersuchung der Pflanzensäfte verwendet wird und von dort auf chemische Manipulationen im Allgemeinen ausgedehnt wird. Okay, also da Griechisch, wir merken, wir kommen hier ins Griechische zurück. Gießen, Pflanzensäfte untersuchen und so weiter, chemische Prozesse. Diese Ableitung erklärt die altmodischen Schreibweisen Chemist und Chemist. Die andere Ansicht führt es auf Chem oder Kame zurück, Hieroglyphe, Kmi. Die schwarze Erde im Gegensatz zu unfruchtbarem Sand bezeichnet und in Plutarch als Chemeia vorkommt. Auf dieser Herleitung wird Alchemie als ägyptische Kunst erklärt. Das erste Vorkommen des Wortes soll in einer Abhandlung von Julius Firmicus, einem astrologischen Schriftsteller des vierten Jahrhunderts, enthalten sein. Aber das Präfix muss die Hinzufügung eines späteren arabischen Kopisten sein. Gehen wir mal hier weiter zum ägyptischen Ursprung. Das ist jetzt nochmal interessant. Laut dem Ägyptologen Wallis Batsch bedeutet das arabische Wort Alchimia tatsächlich die ägyptische Wissenschaft, entlehnt dem koptischen Wort für Ägypten Chemä oder seinem Äquivalent im mittelalterlichen böhmischen Dialekt von koptisch Chemä. Dieses koptische Wort leitet sich vom demotischen Kmi ab, selbst vom altegyptischen Kmt. KMT, keine Ahnung. Das altegyptische Wort bezog sich sowohl auf das Land als auch auf die Farbe Schwarz. Ägypten war das schwarze Land im Gegensatz zum roten Land der umgebenden Wüste. Die Etymologie könnte also auch den Spitznamen Ägyptischen Black Arts, also ägyptische schwarze Künste, erklären. Genau. So leitet sich nach Batsch und anderen die Chemie von einem altegyptischen Wort Chemäen oder Chemäa ab, Herstellung von Schwarzpulver, das letztendlich vom Namen Chemägypten abgeleitet ist. Ein Dekret von Diokletian, das um 300 n. Chr. in griechischer Sprache verfasst wurde, spricht gegen die alten Schriften der Ägypter, die die Chemäer-Transmutation von Gold und Silber behandeln. Okay, also interessant, Diokletian hat mal irgendeinen Erlass herausgegeben gegen die alten Schriften der Ägypter, war dem irgendwie nicht geheuer, was da drin stand. Wir haben jetzt hier gehört, es kommt von dem Wort Schwarz, hat damit zu tun, dass der Nil immer anstieg. Und als es diese Flutzeiten gab des Nils, Nilschwämme, wo dann sozusagen das Land überflutet wurde, und dieser Nilschlamm, der sehr dunkel war, der fast schwarz war, der hat halt das Land fruchtbar gemacht. Und daher kommt eben in den, ja denkt man, diese Bezeichnung, dass es eben Schwarz, Chem für Schwarz steht. Wir merken aber, die Griechen haben es scheinbar übernommen, diesen Begriff, also Chem für, ja ihre eigene Forschung könnte man jetzt sagen, für das, was nachher Chemie wurde, diese Behandlung von Pflanzen, von Flüssigkeiten und so weiter. Und scheinbar kommt das aus eben dem Land Chem, aus dem alten Ägypten, dass das da seinen Ursprung nahm, dieses Wissen. Und damit eben die Alchemie oder die Chemie, wie wir sie heute kennen, im Grunde genommen da so ihre tiefsten Wurzeln hat. Was vielleicht noch spannend ist zu erwähnen, es gibt ein Buch, dieses hier, wie heißt der Autor, mal kurz gucken, zeigt das hier an, ah, da bräuchte ich doch gar nicht hin, nochmal am Anfang, das ist das Buch hier, da, Narendra Piplani, lustiger Name, Narendra Piplani, das ist ein Inder, soweit ich das jedenfalls recherchiert habe, meine ich als Inder, zumindest in dem Buch hier erklärt er die ägyptischen Hieroglyphen, geht auf die Bedeutung ein, zum Beispiel auf die Bedeutung auch der Hieroglyphe Chem, also für das Land, und er geht davon aus, dass die ägyptischen Hieroglyphen auf dem Sanskrit beruhen, also einer noch älteren Sprache eben, im asiatischen, im indischen Raum, also Sanskrit, da geht er davon aus und erklärt hier in dem Buch eben alle möglichen Hieroglyphen anhand von Verbindungen zum Sanskrit. Und er erklärt hier beispielsweise auch die Hieroglyphe für Chem, also für das Land Ägypten, und sagt da eben auch abschließend, dass der Name nicht einfach nur schwarz bedeutet, sondern, wie sagt das hier, es gibt vier Glyphen, die drei Wörter bilden, genau, und diese zusammen würde dann das Wort ergeben, oder die Bedeutung, es gibt Schlamm, auch dann besiedeltes Land. Also besser übersetzt, selbst wenn es Schlamm gibt, können wir das Land besiedeln. Und er sagt hier, diese Übersetzung ist nicht der Name, sondern eine Interpretation von Unterägypten, der gesamte untere oder nördliche, das gesamte untere oder nördliche Ägypten ist das Nil-Delta, das Land der Überschwemmung, das aufgrund der Verbindung von Wasser und Boden eine reiche landwirtschaftliche Region ist. Es wird auch als Schlamm bezeichnet. Im alten Ägypten gab es nicht den Namen der Stadt, sondern die Merkmale der Landschaft wurden wie ein Sprichwort in Hieroglyphen beschrieben. Ja, interessant ist, die Hieroglyphe, zum Beispiel eine Eule, kommt da eben mit drin vor, in dieser Hieroglyphe für Chem, die steht im Sanskrit dann auch für Eule oder für die Göttin Indra, für den Blitz, oder im Indischen für ein Wort, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hier das Indische, MGH, schreibt er hier, dass eine Art Droge oder Medizin, Vergnügen, Name des zehnfachen Mondhauses bedeutet. Der Blitz und die Eule mögen beide die Dunkelheit. Also da eben dieser Gedanke des Dunklen, des Schwarzen, kommt von diesem, ja Sanskrit-Wort, Eule und dann eben indische Göttin Indra, Blitz, Dunkelheit. Also der Blitz mag die Dunkelheit, macht irgendwie Sinn, das ist ja nachts, wechselt sich so ab, aber meistens ist es dunkel, wenn es blitzt vorher. Umgekehrt, vorher ist es dunkel. So. Ja, also da gibt es auch viel Spannendes hier in diesem Buch zu entdecken, kann ich auch empfehlen, da mal reinzuschauen. Warum ich das jetzt hier angeführt habe, ist einfach der Gedanke, okay, wenn wir heute von Chemie sprechen, was für uns ein Standard ist, benutzen wir ein Wort, was seine Wurzeln im alten Land Chem hat, also im alten Ägypten hat. Und jetzt müsste man sich ja fragen, Moment, wenn die Griechen das übernommen haben und da halt nachher sogar Diokletian vorgewarnt hat, vor dem Wissen der alten Ägypter und so, und ja chemisches Wissen und diese Reaktionen und so da ihren Anfang nahmen, kann das sein, dass in Ägypten Dinge zu finden sind, die auf solche chemischen Sachen hinweisen, abgesehen von Farben, die genutzt wurden irgendwie, um Hieroglyphen zu malen und so. Also das kennt man. Aber gibt es da andere Hinweise da drauf? Ja. Und mit dieser Frage kommen wir zu einem Mann namens Joffrey Drumm. Und diesen Forschungen von Joffrey Drumm werde ich halt die nächsten Videos widmen. Also das werde ich mal wiedergeben, was er im Englischen eigentlich erklärt und herausgefunden zu haben meint. Muss man ja auch immer kritisch sehen. Das ist seine Webseite, Land of Chem und sein Shop. Das ist er, sympathischer Bursche auch. Und genau. Hat ein Buch geschrieben, was wie so ein Roman ist, wo jemand in Ägypten eingewiesen wird in die damaligen Künste. So ein kleines Buch, wo dann die Pyramiden erklärt werden. Das klingt jetzt natürlich alles irgendwie vielleicht weit hergeholt. Moment, der soll da irgendwie einen Durchblick haben, wofür die Pyramiden sind, was hat der denn für Hintergründe und so weiter. Ich möchte einfach mal erzählen, wie er drauf gekommen ist. Also der war halt im Ägypten gewesen und er erzählt selbst viel ausführlicher, aber eine Sache, die ihm aufgefallen war, als er einen bestimmten Tempel besucht hat. So, das war das hier. Da war er bei der Pyramide in Abu Sir. Und bei den Pyramiden sind ja oft direkt irgendwelche Tempelsysteme angeschlossen. Gebäude, die als Tempel sozusagen identifiziert werden heutzutage oder gedeutet werden. Und hier in diesem Tempel sah er, dass unter dem Fußboden des Tempels, das kann man hier ganz schön sehen, also hier im Grunde genommen war die Tempelebene und hier, also das war so Fußbodenniveau, und er sah dann, dass da ein Stein rauskam mit einer Rinne und vor diesem Stein war ein Gefäß platziert, so wie so eine Auffangschale. Ja, und das war so der Startschuss bei ihm, dass er sich gedacht hat, Moment mal, der Tempel, hat der Tempel irgendeine Verbindung zur Pyramide gehabt? Wurden da irgendwelche Flüssigkeiten jetzt im Tempel verarbeitet und da aufgefangen? Und mit dieser ganzen Denkspirale kam er halt dann nach und nach zu dieser Hypothese, dass die Pyramiden ein Teil antiker chemischer Industrie sind. Also wie gesagt, diejenigen, die bisher gefolgt sind bei der Pyramide, Cheops-Pyramide, wissen wir, laut Christopher Dunn, wären da Chemikalien notwendig gewesen für diesen ganzen Prozess und ein intensives Wissen über Chemie und Physik. Jetzt stellt sich also die Frage, wo wurden Chemikalien produziert? Und er hatte hier einen Hinweis, wo er sagt, naja gut, das ist offensichtlich gewesen, da war irgendwie eine Leitung aus dem Tempel raus und hier wurde was aufgefangen. Was genau? Da hat er sich dann eben weiter mit beschäftigt und ist auf solche Dinge gestoßen, auf die wir uns später in anderen Videos dann wirklich auch richtig mal konzentrieren möchten. Aber nur mal so vor Abgeschmack. Die rote Pyramide habe ich vorhin schon gezeigt. Wo hatten wir sie? Die hier. Die mit diesen merkwürdigen drei hohen Räumen. Die siehst du jetzt hier. Also das hier sind jetzt Bilder von der roten Pyramide. Also hier zum Beispiel dieses Bild. So, ne? Das ist dann die oberste Kammer. Hier mit dem Computer gerendert. So sieht das dann aus. Ich gehe nochmal zurück zu diesem Foto hier. Gucken wir mal ganz kurz. So. Also hier haben wir das Foto von der ersten Kammer. Und das hier ist die erste Kammer der roten Pyramide. Und er hat jetzt die Hypothese die Kammer-Systeme der verschiedenen Pyramiden waren dafür da Chemikalien zu erzeugen oder Gase zu erzeugen. Je nachdem. Also um chemische Prozesse zu nutzen und eigentlich eine chemische Industrie damals zu betreiben. Und hier haben wir einen kleinen Hinweis was das genau ist. Wie gesagt, kommt später alles. Aber du siehst hier dass in diesem Raum ab der Höhe dieser zweiten Stufe die wir hier haben die Stufen da drüber die sind alle dunkel. Also da drüber ist wie so ein Schnitt hier. Da drüber ist alles dunkel da drunter nicht. Das heißt irgendwie kann muss man sich die Frage stellen ist da in diesem Raum irgendwas ab einer bestimmten Höhe passiert was dafür gesorgt hat dass es hier diese Ablagerung auf dem Mauerwerk gab auf den Wänden innerhalb dieser Kammer. Und was kann das gewesen sein? Welche chemischen Prozesse könnten das gewesen sein? Ich kann mich noch erinnern als ich hier drin war in der Pyramide und eben von einer Kammer in die nächste kam. Also hier in der ersten war es noch nicht groß zu riechen aber in der zweiten fing es an dass so ein fieser Geruch in der Luft lag und in der dritten Kammer hier hinten bei der drei also in dieser letzten Kammer da roch es extremst ekelhaft und ja was ist das für ein Geruch gewesen? Das war ein Geruch nach Ammoniak also der war da halt in dieser dritten Kammer drin. Und das nur mal so als Hinweis da drauf kann es also sein dass diese Pyramide oder die anderen Pyramide für chemische Prozesse genutzt wurden. Also wir hatten hier dieses Bild und ja wenn wir uns das mal überlegen was haben wir heutzutage hier auf der rechten Seite sehen wir das und wir haben heutzutage bei chemischen Prozessen die jetzt im Labor stattfinden aber auch in der Industrie ist es dann eigentlich nicht groß anders wir haben zum Beispiel einen Zulauf einen Zufluss haben wir hier einen Abfluss haben wir wir haben Röhren die Reaktionskontrolle die Reaktionsgefäße miteinander verbinden in denen etwas bestimmtes passiert unter Druck unter bestimmten Temperaturen und so weiter und da ist die Hypothese von diesem Herrn Drum da sagt er dass die verschiedenen Kammern Kammersysteme die wir hier so haben also hier dieses Kammersystem dieses Kammersystem dieses Kammersystem dieses Kammersystem was wir hier hatten dass diese Kammersysteme in Wirklichkeit ja sozusagen die Kammern sind die Reaktionsgefäße die chemischen also wie hier so ein Reaktionskolben der erhitzt wird so wären die Räume und Kammern eben diese Gefäße in denen Chemikalien zum Reagieren gebracht wurden die Gänge wären die Verbindungslinien oder die Verbindungsrohre oder auch Zu- und Abläufe um Chemikalien zu mischen oder abzutransportieren und was auch noch interessant ist was er sagt ist die Tempelanlagen also wenn wir hier nochmal dran denken was wir hier haben hier haben wir diesen großen Tempelkomplex Tempelkomplex ja also hier ist nicht nur die Stufenpyramide sondern hier sehen wir noch dass an der Pyramide angeschlossen hier alle möglichen Räume waren wofür waren die dann da naja und da sagt er eben die Tempel wären aus seiner Sicht sozusagen wie bei einer Industrie Teile dieser industriellen Anlage in der Chemikalien vorbereitet wurden oder auch nachbereitet wurden also bestimmte Prozessen die nachher noch nötig waren dass die eben außerhalb dieses Komplexes dann durchgeführt wurden ja das sind so Ideen die dieser gute Joffrey Drum hat dass die verschiedenen Pyramiden so genutzt wurden und ich kann dir versprechen es wird spannend weil die Prozesse die in den Pyramiden stattgefunden haben die wir uns jetzt hier heute so angesehen haben diese Prozesse bauen logisch aufeinander auf und zeigen also Stimmen mit heutigen chemischen Abläufen eigentlich überein die man gut nachvollziehen kann wie die eben in diesen Kammern stattgefunden haben könnten behaupte ich jetzt einfach mal also von dem wie er es erklärt ist es eigentlich sehr nachvollziehbar ich versuche das dann hier einfach mal im Deutschen weiterzugeben genau ja vielleicht ein letzter Hinweis noch darauf dass die alten Ägypter Ahnung von Chemie hatten das hatte ich mal in einem ganz anderen Zusammenhang gefunden es gibt dieses sogenannte Serapeum wo unterirdisch in Ägypten halt so riesige Särge sind also die sind wirklich so groß dass die ägyptologen behaupten das wären irgendwie Särge für Stiere gewesen oder so ganz eigenes Thema für sich dieses Serapeum in Saqqara das ist da in der Nähe dieser Stufenpyramide was hier was ich nochmal zeigen möchte einfach warum ich das hier geöffnet habe bei diesem Serapeum du siehst in dem Video dass die Flächen dieses riesigen Kastens gleich siehst auch wie groß der ist im Moment die Perspektive verzehrt also hier vorne siehst du schon dass sich die Scheinwerfer da richtig spiegeln also hier siehst du die Spiegelung von den Lampen das heißt das ist polierter Granit beziehungsweise Granit der extrem glatt ist wie so eine spiegelnde Oberfläche ist Stein aber der Stein hier wenn du überlegst du hast jetzt einen Grabstein aus Granit oder sowas das ist hier wirklich auf Hochglanz poliert hier oben ist zwar eine Staubschicht drauf aber hier unglaublich glatt gemacht unglaublich ja fein bearbeitet und dann zeigt er was wenn wir hier ein bisschen weiterspringen zum einen zeigt er hier reingekratzte Hieroglyphen wo sie davon ausgehen dass das irgendeine spätere Dynastie gemacht hat weil der ganze Kasten ist mit so einer Präzision bearbeitet und das hier so liederlich reingekritzelt dass das eher so aussieht als hätte jemand der nachher keine Ahnung mehr von der Technik hatte dass der eben versucht hat den Granit irgendwie ein bisschen noch mit seiner eigenen Unterschrift zu versehen anderes Thema aber was uns jetzt hier interessiert er zeigt hier oben liegt der Deckel drauf und er zeigt hier etwas das erkennt man zwar nicht gut er erklärt das in dem Video er sagt dass hier diese Unterseite die ist nicht so glatt wie die Oberseite die ist nicht so spiegelnd also könnte man jetzt denken ja ja dann wurde die halt nicht poliert ist ja auch okay die sieht ja keiner wäre erstmal logisch so gesehen dass man die Unterseite halt nicht polieren muss aber was er dann zeigt wenn man hier ein bisschen weiter geht also hier oben ist eben wieder dieses polierte dieses hier ist ein bisschen dunkler daran sieht man dass es halt so glatt poliert ist und jetzt zeigt er etwas und zwar er zeigt hier so eine Kante und hier an der Stelle siehst du das gut hier dieser dunkle Bereich er sagt nämlich es scheint so zu sein weil hier diese dunklen Flächen das hier und so ein bisschen dieser überstehenden Kante das ist auch spiegelglatt also das ist genauso auf Hochglanz poliert es sieht aber danach aus dass jetzt nicht jemand mit seinem Poliertuch oder mit seinen Polierpaste oder sowas extra noch hier unten die Unterkante mit poliert hat also wenn ich einen Klotz habe oder so und ich poliere hier dann poliere ich ja nicht aus Versehen hier unten drunter mit sondern er erklärt hier dass es aussieht wie Tropfenbildung als hätte man eine Flüssigkeit eine Chemikalie genutzt die den Granit geglättet hat und diese Chemikalie wenn die halt auf so einer Kiste da eben also läuft an der Wand hier runter so gesehen und dann wenn man eine Flüssigkeit hat und das ist zu viel Flüssigkeit kann es ja immer mal sein dass die sozusagen ein bisschen unter die Kante noch läuft und da einen Tropfen gebildet hat und das zeigt er hier einfach dass eben an der Unterkante dieses Deckel sich hier Tropfen gebildet haben und an dieser Stelle der Granit auch glatt ist bedeutet es wurde eine unbekannte Chemikalie genutzt um diese glatte Oberfläche des Granits hier zu erzeugen also es wurde nicht per Hand mit Schleifpapier oder so gemacht sondern es wurde oder Paste sondern es wurde hier irgendwie irgendeine Chemikalie genutzt die eben auch fließen konnte und dann hier zur Tropfenbildung geführt hat das ist das was er hier an den Stellen überall zeigt also hier siehst du es auch hier glatt und hier hast du immer dass sozusagen die Flüssigkeit ein bisschen reingelaufen ist hier auch da zeigt das nochmal ein Tropfen der sich da gebildet hat also hier ist es so reingelaufen da sieht man es auch wieder sehr gut also eine Chemikalie und da sind wir wieder beim Land Chem also Frage war Ägypten oder dieses diese Kultur welche auch immer das war und wann auch immer die war die diese Dinge hier hergestellt hat war die technisch eben ja so weit dass da auch eine Art chemische Industrie ja zu finden ist also heute noch dass man sozusagen diese Bauwerke hier noch untersuchen kann und da eben ableiten kann welche Chemikalien warum wie da hergestellt worden sind das ist die Theorie oder die Hypothese und dieser Hypothese möchten wir in den nächsten keine Ahnung wie viele Videos das werden mal die Aufmerksamkeit geben das wird einiges an Material das werden jetzt nicht nur ein zwei weil wir uns mit jeder Pyramide auch intensiv auseinandersetzen und da wirklich in die Tiefe gehen und da kannst du dich darauf freuen fand ich persönlich jedenfalls sehr interessant kann auch nur die Sachen hier von ihm empfehlen wenn du das schon vorab lesen möchtest ansonsten genau warte gerne auf die Videos die nach und nach dann kommen das soll es für heute gewesen sein dieser erste Einblick Klick in die Thematik einer chemischen Industrie im alten Ägypten oder einer Kultur vor dem antiken alten Ägypten wie auch immer man das dann deutet es würde mich freuen wenn du ein Abo da lässt wenn du das noch nicht gemacht hast und dich solche verrückten Sachen hier interessieren dann darfst du gerne hier unten drunter einfach zeigt das an jawohl er zeigt es an darfst du hier unten drunter einfach mal den Abo-Button klicken und die Glocke anklicken würde mich wahnsinnig freuen tut dem Kanal gut auch wenn du kommentierst fragen stellst kommentare schreibst freue ich mich immer ich lese alles schaffe es nicht immer ganz zu antworten auf alles aber ich bin sehr sehr dankbar für jeden der da kommentiert und auch wenn du unterstützen möchtest hatte ich gerade auch einen Hinweis steht hier unten drunter wie ihr finanziell dem Kanal helfen kannst damit ich hier einfach die Zeit für freischaufeln kann um das ja halt auch wirklich weiter zu betreiben die ganze Geschichte hier würde mich wahnsinnig freuen das soll es gewesen sein ich freue mich auf ein nächstes Video wenn wir uns dann wiedersehen nächste Woche vielleicht schon und wünsche dir bis dahin alles Gute und sag bis bald Bis bald